Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, wie in der letzten Woche angekündigt, sehen wir uns heute nochmal vier weitere Punkte an, die das Kind und seine ganz persönliche Situation betreffen und die bei der Entscheidung eine Rolle spielen, ob es mit Medikamenten unterstützt werden soll. Und wie wir vergangene Woche schon gehört haben, sind es oft genau die Dinge, die von Familie zu Familie unterschiedlich sind und die diese Entscheidung dann so schwierig machen. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, hallo und nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Bevor wir in die heutige Episode aber eintauchen, wie immer noch etwas Organisatorisches. Das begleitende Leitfaden-PDF zu dieser Episode könnt ihr euch unter www.adhshilfenet.com herunterladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und für die, die Podcast 1, 2 und 3a noch nicht kennen, im April 2021 wird es ein kostenloses Webinar geben. Thema wird der Stress sein, zu dem es in Familie mit ADHS kommt, Stress, der durch die Symptome und Verhaltensweisen unserer Kinder entsteht. Ich möchte euch in diesem Webinar Lösungen vermitteln, wie ein entspanntes Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz könnt ihr euch reservieren, sobald ich den Link dafür bei Newsletter aussende. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfenet.com Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Alles, was nötig ist, sind eurer Vorname und eure E-Mail-Adresse. Nun gut, dann kann es mit der Folge losgehen. Zuerst möchte ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, was wir bisher zur Medikamentenfrage besprochen haben. In Folge 1 haben wir die Frage beantwortet, warum so viele Eltern bei diesem wichtigen Thema so verunsichert sind. In Folge 2 haben wir Fakten aus Wissenschaft und Forschung beleuchtet und uns angesehen, was sozusagen der medizinische Rahmen ist, innerhalb dessen Eltern dann die für ihr Kind und für ihre persönliche Situation passende Entscheidung treffen können. Und in Folge 3a haben wir begonnen, einen Blick darauf zu werfen, inwieweit das Kind selbst und seine ganz spezielle Situation in die Entscheidung mit hineinspielt, ob es mit Medikamenten unterstützt werden soll. Und heute wird es, wie schon angekündigt, um vier weitere Punkte gehen, die von Kind zu Kind und von Familie zu Familie unterschiedlich sind, die aber alle einen Einfluss auf die Medikamentenentscheidung haben können. Erstens sind das die sogenannten schützenden Faktoren, Faktoren, die die Symptome abfedern. Zweitens sind das Dinge, die die ADHS-Symptomatik noch verschlimmern. Dritter Punkt, wie lange die ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Und Punkt 4, traumatische Ereignisse. Und den ersten Punkt, die sogenannten schützenden Faktoren, sehen wir uns jetzt mal an. Gleich mal vorausgeschickt, damit klar wird, warum wir jetzt all diese positiven Punkte durchgehen. Je mehr schützende Faktoren ein Kind genießen darf, desto eher kann auf Medikamente verzichtet werden. Nun denn, was wirkt sich für ein Kind mit ADHS oder ADS alles schützend aus? Erstens mal die Förderung des Kindes und seiner Interessen. Ein Kind, das von den Eltern gefordert und gefördert wird, schult seinen Geist, trainiert die Aufmerksamkeitsspanne, übt sozusagen das Vernetzen seiner Neuronen im Gehirn. Aber Achtung! Keine Überforderung bitte, denn sonst leidet erstens durch Misserfolge wieder der Selbstwert und zweitens kosten Herausforderungen Kraft und Energie. Und Kinder mit ADHS und ADS brauchen für vieles, vor allem für geistig Anstrengendes, mindestens mal doppelt so viel Energie wie Kinder ohne ADHS. Zweiter Punkt, liebevolle Klarheit in der Erziehung. Kinder, die von einem Erwachsenen nicht gezeigt bekommen, wo die Grenzen sind, denen keine Regeln als stützende Struktur mitgegeben werden, denen nicht erklärt wird, was in Ordnung ist und was nicht, wie man sich verhalten soll und wie nicht. Solche Kinder werden immer aggressiver beziehungsweise verstärkt diese fehlende Führung, oft ganz massiv die Symptome der ADS. Hört euch dazu Podcast 14, 15, 18, 19 und 20 an. Dieser Punkt ist der wichtigste in all den Jahren der Begleitung eures Kindes. Denn dadurch, dass Kinder mit ADHS und ADS so einen starken Willen haben, schaffen es die Eltern oft nicht, sich gegen die starke Persönlichkeit ihres Kindes zum Wohl des Kindes durchzusetzen, obwohl das Kind das so dringend brauchen würde. Dritter schützender Faktor ist eine gute, liebevolle Beziehung zum Kind. Bei Kindern, die zu wenig oder keine Liebe bekommen, können sich die Symptome extrem verstärken, weil sie sich nicht angenommen fühlen, keinen liebevollen Halt spüren. Und das signalisiert dem Kind wertlos zu sein und klar macht das rebellisch und aggressiv. Punkt 4. Verständnisvolle, klare Lehrkräfte Was auf die Eltern zutrifft, gilt auch für die Lehrkräfte. Klar sein, bestimmt sein, das Kind verantwortungsvoll fühlen und leiten, aber immer respektvoll und wertschätzend und liebevoll mit dem Kind umgehen. Lehrkräfte, die sich so dem Kind gegenüber verhalten, sind dann auch meistens die Lehrkräfte, die gut mit den Eltern zusammenarbeiten. Und dann hat man auf schulischer Ebene schon halb gewonnen. Unsere Grundschullehrerin, also die vom jüngeren Sohn mit ADHS, war eine Perle. Die paar Mal, die wir in die Schule zitiert wurden, kam sie immer zuerst mit einer Liste mit den vielen tollen Eigenschaften und Verhaltensweisen unseres Sohnes. Dann erzählte sie uns erst das, wo etwas nicht gepasst hat, wo sich also etwas ändern sollte. Punkt 5. Hohe Intelligenz Einer der wenigen Dinge, die man kaum beeinflussen kann. Man kann Kindern aber helfen, dass das, was ihnen steckt, voll ausgeschöpft wird, indem man fördernde und fordernde Tätigkeiten anbietet und Playstation und Co. auf Sparflamme hält. Punkt 6. Ein gutes soziales Umfeld in Schule und Freizeit Kinder, die in eine gleichaltrige Gruppe gut integriert sind, fühlen sich angenommen, sie fühlen sich dazugehörig und das ist wichtig für den Selbstwert und eine gesunde, seelische Entwicklung. 7. Unterstützung für die Eltern Holt euch Hilfe, wo immer ihr könnt, durch einen Sozialhelfer, durch Elterntraining, in Selbsthilfegruppen, durch ehrenamtliche Lei-Omas. Alles, was euch entlastet, entlastet schlussendlich auch euer Kind. Denn wenn ihr mit den Nerven am Ende seid, wenn ihr müde seid, überfordert seid, in ständiger Zeitnot seid, ist das ein ganz gefährlicher, explosiver Erziehungskocktail, der sich an der kleinsten Kleinigkeit entzündet. Hört euch dazu am besten die Podcasts 21, 22 und 23 an. Punkt 8. Viel Bewegung, vor allem in der Natur. Eine der in der Zwischenzeit recht gut beforschten Theorien in der ADHS-Forschung ist die, dass wir ADHSler, und ich formuliere es jetzt mal salopp, die Jäger- und Sammlergene noch ganz stark in uns tragen. Auch dazu wird es einmal eine Podcast-Episode geben. Daher, für Menschen mit ADHS ist es ganz, ganz wichtig, sich in der Natur aufzuhalten. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass der regelmäßige Aufenthalt in der Natur die ADHS-Symptome enorm reduzieren kann. Gut, dann kommen wir nun zu den Punkten, die die ADHS-Symptome noch verstärken. Und je stärker die Symptome sind, desto eher werden Medikamente nötig. Gleich mal vorausgeschickt. Die Dinge, die die Symptome noch verschlimmern, sind natürlich großteils das Gegenteil von dem, was wir als schützende Faktoren gehört haben. Negativ wirkt sich also aus. Erstens, wenn die kindlichen Interessen nicht gefördert werden. Zweitens, wenn das Kind zu strafend, zu streng oder zu nachgiebig erzogen wird. Drittens, wenn es keine liebevollen Beziehungen in der Familie gibt. Punkt vier, wenn die Lehrkräfte eine schlechte Beziehung zum Kind haben und mit den Eltern nicht zusammenarbeiten. Fünftens, wenn das Kind eine niedrige Intelligenz hat und diese auch nicht gefördert wird. Punkt sechs, wenn das Kind keine Freunde oder soziale Anbindung in der Schule und in der Freizeit hat. Vor allem erhöht das dann meistens der Medienkonsum und gerade für Kinder mit ADHS und ADS ist ein Zuviel an Medien Gift. Punkt sieben, wenn ein Kind zu wenig Bewegung macht und vor allem, wenn es sich kaum draußen aufhält. Noch dazu bedeutet ein Zuviel an Bewegung meist gleichzeitig ein Zuviel an Bildschirmzeit. Achtens, wenn die Eltern am Ende ihrer Kräfte sind. Wie gesagt, ausgelaugte Eltern reagieren meist gereizt, die Kinder werden noch aufsässiger, weil sie zurechtgewiesen werden oder sich ungerecht behandelt fühlen. Das führt zu noch mehr Fehlverhalten und ein Teufelskreis beginnt. Außerdem wird die ADHS noch durch folgende Dinge verstärkt. Punkt neun, schlimme familiäre Verhältnisse. Bei wirklich bitteren Verhältnissen wie Armut oder Gewalt in der Familie schaltet das Kind in eine Art Überlebensmodus. Leitungen für die Entwicklung von irgendwelchen Fähigkeiten wie Konzentration oder sich organisieren sind überhaupt nicht mehr offen. Außerdem machen solche Belastungen aggressiv, es werden noch mehr Regeln gebrochen. Die Kinder weigern sich, mit Erwachsenen zu kooperieren, sie hören nicht mehr auf sie und sie nehmen von ihnen nichts mehr an. Punkt 10, wenn Vater oder Mutter ADHS oder ADS haben. Theoretisch können Eltern mit ADHS oder ADS auch ein schützender Faktor sein, allerdings nur, wenn sie selbst mit ihrer ADHS oder ADS gut zurechtkommen. Wenn sie aber selbst noch keine Strategien entwickelt haben, um mit diesem Syndrom klarzukommen, dann fehlt ihnen sehr oft auch die innere Ruhe für ihr Kind. Sie sind dann meistens so selbst mit sich beschäftigt, dass sie die Bedürfnisse ihres Kindes gar nicht erkennen. Und es fehlt ihnen dann auch oft die Toleranz und die Geduld, mit dem sehr fordernden Verhalten ihres Sprosses klarzukommen. Gut, was das alles mit Medikamenten zu tun hat, haben wir schon gesagt. Aber weil es so wichtig ist, hier nochmal. Je mehr symptomverstärkende Umstände es im Leben eines Kindes mit ADHS oder ADS gibt, desto eher werden Medikamente zum Mittel der Wahl. Je mehr schützende Faktoren ein Kind genießen darf, desto eher kann man auf Medikamente verzichten. Das heißt, ein Kind, das von mindestens einem Erwachsenen liebevoll und klar begleitet und gefördert wird, tolle Lehrer hat, wenig Playstation oder Handy zockt, Freunde hat, viel Bewegung macht und viel draußen ist, hat viel größere Chancen, sich trotz ADHS gut zu entwickeln beziehungsweise werden bei diesem Kind die Symptome nicht so stark sein und desto eher kann auf Medikamente verzichtet werden. Aber Achtung, steinigt euch nicht, wenn euer Kind Medikamente bekommt oder bekommen soll, wo ihr doch alles, wirklich alles tut, um euer Kind bestmöglich zu unterstützen. Ich kenne viele Familien, die unendlich viel Qualitätszeit mit ihren Sprösslingen verbringen, den Medienkonsum auf einem vernünftigen Level halten, intensiv an der Beziehung zu ihren Kids arbeiten, kurz einfach ihr letztes geben und die Kinder brauchen trotzdem Medikamente. Denn familiäre Faktoren sind ein wichtiger Einfluss, aber nicht der einzige. Das heißt, wie sich eine ADHS im Endeffekt äußert, hängt auch noch von anderen Dingen ab. Erstens, wie in der vergangenen Woche besprochen, vom Grad der ADHS und auf den habt ihr keinen Einfluss, denn der ist angeboren. Zweitens, davon, wie lange die ADHS oder ADS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Gerade in engagierten Familien kann das leicht passieren, weil so unendlich viel unternommen wird, um das Kind gut zu begleiten und weil versucht wird, das Kind mit all seinen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen anzunehmen. Das kann dann dazu führen, dass die Symptome manchmal erst am Ende der Grundschulzeit oder sogar noch später auffallen und dass es erst dann zu einer Diagnose kommt. Sogenannte Sekundärsymptome, wie mangelnder Selbstwert, haben sich dann manchmal leider so still und heimlich entwickelt, dass sie den Eltern gar nicht aufgefallen sind. Vor allem auch deshalb, weil das Kind, wenn es mit den Eltern zusammen ist, oft gar keine großartigen Auffälligkeiten zeigt, weil es sich angenommen und geliebt fühlt. Gleichzeitig kann aber zum Beispiel in der Schule oder im Fußballverein einige schieflaufen und der Selbstwert sinkt immer mehr, das Kind reagiert dort immer auffälliger, kaspert herum, bricht die Regeln, kriegt eins obendrauf, verliert noch mehr an Selbstwert, kann nicht gut im Unterricht folgen, verliert nochmal Zutrauen in seine Fähigkeiten und die Spirale nach unten dreht sich immer weiter. Solange die Noten aber einigermaßen passen und das Kind nicht so auffällig wird, dass die Eltern immer wieder in die Schule zitiert werden, kann es sein, dass Mama und Papa von all dem nicht wirklich etwas mitbekommen. Weil sie kümmern sich ja um das Kind, sie lernen mit dem Kind, fördern es und merken schlussendlich lange nicht, dass in einem Bereich, in dem sie nicht so viel Einblick haben, alles immer schlimmer wird. Deshalb nochmals, steinigt euch nicht, wenn die ADS oder ADHS bei eurem Kind erst relativ spät diagnostiziert worden ist. Das ist meistens kein Zeichen von ihr habt euch nicht ausreichend als Eltern gekümmert, sondern eher ein Zeichen von ihr habt euch überaus gut um euer Kind gekümmert. Punkt 3, der die ADHS-Symptome ebenfalls verschlimmern kann und den ihr nicht beeinflussen könnt, sind traumatische oder außergewöhnliche Erlebnisse, wie eine Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen, ein plötzlicher Umzug mit dem Verlust des Freundeskreises. Aber nicht nur, dass diese belastenden Ereignisse die ADHS-Symptome verstärken können. Was fast noch schlimmer ist, ist, dass bei einem Kind, bei dem noch nicht mal der Verdacht besteht, dass es ADHS haben könnte, die Symptome der ADHS als Reaktion auf diese schlimmen Ereignisse gedeutet werden können, was wiederum dazu führen kann, dass die ADHS sehr lange unerkannt bleibt. Oft werden Kinder ja traurig, verschlossen, reagieren abwesend oder verstört, werden aggressiv oder verhalten sich extrem rebellisch, wenn etwas wirklich Schlimmes in ihrem Leben passiert ist. Und dann liegt die Annahme nahe, dass das eine Reaktion auf das traumatische Ereignis ist, während sozusagen darunter die echten Symptome einer ADHS oder ADS liegen. Fassen wir also zusammen. Ob ein Kind Medikamente braucht oder nicht, hängt unter anderem von den fünf Faktoren ab, die wir in der vergangenen Episode und heute besprochen haben. Vom Grad der ADHS, davon, wie viele schützende Faktoren einem Kind zuteil werden, davon, wie vielen Faktoren ein Kind ausgesetzt ist, die die ADHS noch verstärken, davon, wie lange eine ADHS oder ADS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist und davon, ob es sehr belastende Umstände oder ein Trauma im Leben des Kindes gibt. Alter Falter Anna, jetzt komm doch endlich zum Punkt und sag uns, ob wir unseren Kindern Medikamente geben sollen oder nicht. Ja, sorry ihr Lieben, auch heute kommen wir noch nicht zu der abschließenden Behandlung dieser Frage, aber dafür in Episode 4 versprochen. In der Zwischenzeit könnt ihr mir ja schon mal in den Kommentaren eure Überlegungen schreiben und wenn euch der ADHS-Podcast gefällt, würde ich mich auch über eine Bewertung auf dem Portal freuen, auf die ihr den Podcast hört. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfenet.net slash medikamente3 runterladen und für den Newsletter könnt ihr euch unter www.adhshilfenet.net slash Newsletter anmelden, wenn ihr beim Webinar dabei sein wollt. Gut, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Habt eine wunderschöne Zeit bis dorthin. Bis zum nächsten Mal.